Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft! So, beim letzten Mal sind wir hier fertig geworden mit dem Büchereigebäude. Die Bücherregale fehlen noch. Und da fällt mir gerade was auf. Ah, bzw. was ein. Ich habe herausgefunden, was es mit diesem roten hier zu tun hat. Ich weiß zwar nicht... Ah doch, wenn ich hier nach unten gehe, dann sieht man mehr davon. Ja, und hier sieht man weniger. Wenn ich nach draußen gehe, müsste ich eigentlich auch was. Ne, sehe ich aber nichts. Keine Ahnung. Es ist einfach eine Lava, die da weiter im Untergrund ist. Ja, das ist es. Ich weiß jetzt nicht, wie tief und warum man das hier so sieht, aber... Keine Ahnung, man sieht es eben. Also, Bücherregale fehlen noch ziemlich viele. Ich habe aber kein Leder, deswegen kann ich es nicht machen. Äh, da brauche ich erstmal wieder ein bisschen Zombiefleisch und so weiter. Und Kühe schlachten will ich nicht. Deswegen werden wir jetzt anfangen, was Neues zu machen. Und zwar habe ich ja gesagt, es geht... Ich kann mich ja schon mal... Äh... Ne, kann nicht gleich hier bleiben. Ähm, ich habe ja schon angekündigt, es soll weitergehen mit dem Reaktor. Beziehungsweise anfangen mit dem Reaktor. Genau das will ich auch machen, das habe ich vor. Ähm... Und zwar müsste ich dazu... Also bis wir zum Reaktor selbst kommen, dauert es natürlich noch eine ganze Weile. Ähm... Zumal ich noch nicht genau weiß, wie ich den jetzt konstruiere, aber das macht nichts. Also den Reaktor selbst weiß ich schon, aber das ganze drumherum, nicht? Ähm... Da habe ich mir zwar schon Gedanken gemacht und so im Großen und Ganzen ist da auch ein Plan vorhanden. Aber so genau weiß ich das noch nicht. Das macht aber nichts. Das dauert noch ein bisschen. Ähm... Ich will mich jetzt erstmal dahin teleportieren, wo das ganze denn stattfinden soll. Wo wir das hinbauen wollen. Ähm... Und zwar die... Ah, oh ja doch, Moment. Erst nochmal zurück ins Lager. Ich habe nämlich gesehen... Äh... Ich habe noch ein bisschen was im Inventar, was raus muss. Das hier... Nö... Das bleibt alles da. Diese zwei Sachen. Und was wollte ich denn da drin haben? Das Bett hier. Ja... Ja... Ja, ich glaube schon. So... Und die Blumen kommen natürlich auch weg. So... Kleine Blumen. Alles da rein. Zack, 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 zack. Und äh... Ich glaube wir mal wieder ein bisschen sortieren. Also warum ist das jetzt hier oben? Und nicht hier unten dann noch mit dran. Ich verstehe es nicht. Was ist denn das für eine Ordnung? Hier... Ja... Nö... Das passt auch. Warum ist da wieder was Einzelnes? Ja... Egal. Ich muss hier alles verstehen. So... Dann hatte ich noch Zäune... Glas und ähm... Ähm... Noch irgendwas. Die... Ah... Moment... Da... Da muss ich ja gucken. So... Äh... Dann war das. Na... Moment... So... Auch mal aufräumen und sortieren. Und das Glas weg. Ach so... Ja... Genau. Stimmt. Äh... Noch eine Sache. Ich will... Oder können... Oh ja doch. Das machen wir. Ja doch. Das machen wir jetzt gleich. Ich glaube das ist sinnvoll. Und zwar... Ähm... Zum... Feld. Erstmal... Ich habe abgeerntet. Hier die... Die Meter sterren Sachen. Kann ich jetzt gleich nochmal machen, wenn da schon wieder was gewachsen ist. Ja... Nö... Sieht nicht so aus. Oh ja... Das ist aber schon ziemlich viel jetzt hier. Oh ja... Gut. Ja... So... Mal schauen, was wir denn so alles haben. Äh... Ähm... Ach so ja... Zum Buddeln. Äh... Das... Ähm... Der Reaktor, der soll ja unterirrisch sein. Und da muss ich viel buddeln. Und dafür will ich erst diese Spitzhacke haben. So... Aber jetzt erstmal da nach oben. Da habe ich was gesammelt. So... Hier... Ja... 34, ne... Das ist eben noch nicht so viel. Ich brauche... Moment... Ich... Äh... Schau mal nach. Da haben wir das... So... Da... Ich brauche... Neun von diesen Scherben. Und für eine Scherbe brauche ich... Brauche... Achso... Hier raus. Nein... Ich... So... Brauche ich neun von diesen, äh... Dingern hier. Ja... Genau... Aber gut, immerhin drei. Immerhin drei habe ich schon. Mehr ist es eben noch nicht. Und dann wollte ich gerne... Deswegen wollte ich jetzt auch hier unbedingt hier noch... Also nicht nur um da jetzt nachzuschauen. Sondern ich könnte ja mal... Um dieses Spitzhackenprojekt weiter voranzutreiben... Äh... Könnte ich ja schon... Moment hier... Könnte ich ja schon mal hier ein bisschen Material sammeln. Gesamtkosten. Ja, okay. Dafür brauche ich neun... Drei habe ich schon da. Das heißt... Ich mache mir jetzt mal... Eine Kiste... Da unten... Oder ich definiere eine, die schon da ist... Wo ich die Sachen da drin sammle. Zum Beispiel diese hier. Da ist... Aha... Die Röstung... Da ist nichts drin... Da haben wir schon ein bisschen Material. Okay... Dann wird das jetzt hier... Die Kiste für die Spitzsacke. Da kommen die Sachen rein. Soll ich die beschriften? Boah... Kann ich mal machen. Da ich ja nicht weiß, wie lange das dauert. Bis ich die ganzen Sachen alle zusammen habe. Aber wenn... Sie alle mal da sind... Dann... Weiß ich eben, wo sie sind. So... Schild dahin... Ah ne... Hier so... Spitzsacke. Also ich weiß ja, was damit gemeint ist. Boah... Okay... Dann wollen wir doch mal schauen... Was wir da so alles brauchen... Und dann... Also das ist jetzt einfach mal nur so... So ein Zwischending... Äh... Es geht danach weiter mit... Ähm... Äh... Mit dem Reaktor... Mit den Reaktorsachen. 16... Supremium... Es sind... Ach... Ich muss hier mal mit Escape da raus. Da sind leider nur 13 dran. Okay. Ja, vielleicht... Äh... Ich glaube ich gehe jetzt echt einfach so Zutat für Zutat. Halt... Das war schon zu hoch. Dann... 13... Und wie viele brauche ich? Äh... Naja... Wie viele? 15 doch. Nee, 16. Okay. So, dann 2 zurück. Okay. Dann hätten wir schon mal dies hier. Zack. Gleich rein da. Ich gehe einfach so 3 nach vor. Ähm... 17... Von diesen Scher... Ach... Ich komme ja immer mit Escape da raus. Das ist ja umständlich. 17 von diesen Scher... Moment... Da bin ich auch schon zu hoch. Hier lang. Äh... Waren die da drin? Ja. Echt? 17? Naja 47. Na siehst du? Das war doch mehr. Ähm... Äh... So. Und noch eine. Okay. Was brauchen wir noch? Acht von diesen Barren. Naja... Okay. Die Barren lasse ich mal aus. Erstmal. 25 Superium Essenzen. Die müssten irgendwo hier sein. Ach man... Kann ich mir jetzt mal eine Zahl merken? 25. Also... 27... 25. So. Das wieder aufräumen. Gut. Hätten wir auch diese. Neun von diesen Schädeln. Neun... Neun. Ob ich so viele wohl da habe? Die kann ich doch hier draus machen. Ah... Wie macht man die so? Ja... Leider nur einen... Gut. Aber immerhin... Dann... Oh... Sechs Stöckchen. Aber das hier, davon habe ich auch schon drei. Die sechs Stöckchen, ja, die kriege ich aber auch noch zusammen. Ja, wunderbar. Habe ich genug da? Sechs Stück. So, dann bringe ich das hier schon gleich mal weg. Ja, so bilden wir gut die Nacht herum. So, da fehlt eben noch ein bisschen was. So, sechs Stöckchen. Ja, davon neun. Okay, neun Smaragde und 36 Diamanten. Neun Smaragde und 36 Diamanten. Mal schauen, ob ich die bauen kann. Diese Smaragde wahrscheinlich schon. Och ja, bestimmt. So, das werden erst sieben. Ja, kann ich ruhig gleich mal alle machen hier so. Den Rest schmeiße ich wieder zurück. Smaragde, äh Smaragessenzen. Ähm. Ja, die anderen, die behalte ich dann. Die, die kommen ins Lager. Oh, guck mal. Ja, okay, aber, hm. Leider reicht das ja nicht für 36 Diamanten oder wie viele ich brauche. Das werden nur sieben. Ja, da muss ich wohl noch ein paar Mal das Diamantfeld abernten, beziehungsweise die beiden, denn ich habe ja zwei. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, dass ich das gemacht habe. So, also noch ein weiteres Feld angelegt, meine ich jetzt. Aber das machen wir dann morgen, wenn es wieder Tag ist. Das muss ich erstmal nicht. So, ich brauche neun noch davon, oder? Das heißt, ja gut. Fünf übrig lassen und da 14 Diamanten. Ähm, neun, genau. Also, dann weiter. Zwölf Orange. Ach. Intermedium, glaube ich, war das. Oh, ich freue mich schon auf die Spitzhacke. So, dann haben wir zwölf. Oder war doch richtig zwölf. Ja, genau. Ich will eben was essen. So, was brauchen wir? Oh, ja, jetzt habe ich aber Hunger. Was brauchen wir denn noch? Ach ja, 39 oder zwölf Prudentium und zwölf von den Hellgrönen. So, und zwölf davon. Eins, zwei, drei, vier. Okay, haben wir die auch. Dann brauchen wir noch drei Eisenbarren. Jetzt mache ich es doch ein bisschen durcheinander. Achso, Moment. Ja, die kann ich ja hier machen. Da muss ich doch nicht ins Lager laufen. Obwohl ich im Lager viel genug habe. Naja, egal. Ist jetzt einfacher so. So, und Gold. Wo haben wir Gold? Ich habe doch auch irgendwie Gold. Da. Ist nur die Frage, wie man das jetzt macht. Ach, ja gut, dann schaue ich immer nach. Eisenbarren. Da. So, jede Menge Eisenbarren. Und, äh, Gold. Goldbarren. Hier, das, da brauche ich. So, mehr als genug. Dann bringe ich die gleich mal weg. Und meine Stimme lässt mich schon wieder im Stich. Ähm, wie viele waren das jetzt? 39 und 3 davon. Okay. 1, 2, 3 und... Ne, Moment. Ah, so. Ah, so. 39 und dann noch 7 dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ähm. Äh, ach ja, die ja auch noch. So, genau. Und 12. So, jetzt brauche ich noch... 9 mal Feuerstein und 27 Lapis. Da muss ich also jetzt doch mal ins Lager. Und dann haben wir ja schon fast alles, was ich hier besorgen kann. Ähm, ich hatte doch noch... Ähm, ja, Dingsbums hier. Genau, diese hier. Gold kann ich auch da reinpacken. Oh ja, ach, Lapis brauche ich ja noch. Wie viel? Ne, falsche Taste. Ähm, 27. Okay. Dann mal das wieder zurück. Und... 1, 2, 3, 4, 5. So. Das Eisen kommt, ähm, da rein. Mhm. Ach ja, und die Scherben. Äh, hier die... Wie heißen die nochmal? Feuerstein. Feuerstein. 9 Stück. Da. Haben wir mal 5 und noch 4 dazu. 1, 2, 3, 4. Das kommt wieder weg hier. Ganz raus. So, ach ja, diese Bahnen fehlen uns auch noch. Ansonsten, davon fehlt uns noch was. Da haben wir erst einen. Da haben wir erst 3. Da können wir nochmal aufs Feld gehen. Ansonsten haben wir... Ah ne, Diamanten haben auch noch gefehlt. Richtig, Diamanten haben gefehlt. Okay, schauen wir mal, was wir hier in Diamanten haben. 32. Okay, Moment mal. Ich will jetzt mal was nachschauen. Und zwar haben wir ja auch noch hier ein Lager. Was haben wir denn da so an Diamanten? Boah, die müssten hier sein, ne? Oh, guck mal, da haben wir ja noch jede Menge. Ich nehme mal 32 mit. Ja, das sollte erstmal genügen. Ein paar sind ja noch da. Ähm, Agrarplatz hier dann. So, also das rein, das rein. Und das machen wir jetzt mal so. Und ich brauche 36. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 10. 10 weg. 36. 36. 36 Diamanten, genau. Äh, ja. Dann müssen wir jetzt nochmal hier hinbegeben. Ich kann ja auch, ja, Diamantfälle. Ja, komm, das kann ich eben machen. Ach, es ist ja schon Tag. Ach, wunderbar. War sehr gut. Dann gehen wir mal aufs Feld. Ja, ich schaue nach, ob da Creeper sind, aber irgendwie. Ich sehe da ein paar rote Punkte, aber auf der Minikarte. Aber das sind Pflanzen. Moment mal, da vorne war doch, da war doch ein Diamantfeld irgendwo. Ne, Eisen. Moment mal. Ne, 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 das war ja, genau das war da hinten. Da, und dann habe ich noch weiter hinten ein Weitheiß angelegt. Ach, ich will nicht durch den Schleim latschen hier. So, dann eben mal einfach so querbeet. Hier müsst ihr, ach, da. Guck mal, da ist es ja schon. So, also mal, Diamantfeld abernten. Mal alles gleich wieder mal rumpflanzen. Wunderbar. So, das hier noch. Nur alles einsammeln. Das ist mir ein bisschen zu klein, ja, mit der Minikarte. Boah, das ist noch kleiner. Noch kleiner. Hallo, ich will das Größe haben. So, hallo. Ja, okay. Ich lasse mal so. Ja, doch, da haben wir ja einiges bekommen. Okay, aber ich will ja noch mehr haben. Dann, äh, oh, jetzt bin ich da wieder festge... Ja, lass mich doch da durch. So, da hinten habe ich ja noch ein Diamantfeld. So, da hinten habe ich ja noch ein Diamantfeld.